Wann hat denn das auf, Moni? Wiss ich nicht. Wieso wüsst du das nicht? Woher soll ich nicht wissen? Weil das sonst immer alles wüsst. Stimmt. Meine kleine Schwester wurde von der Brücke runtergeschmissen. Die hat das auch schon alles der Polizei Bescheid gegeben. Ja. Aber ich hab das Gefühl, die kümmern sich da nicht so richtig drum. Verstehst du? Ich hab ihn hier sehen. Du wüsst ja nicht, mit wem du dich da anlegst. Nee. Aber deswegen ist der auch nicht. Wenn was Schlechtes passiert, hab ich in der Regel mit gerechnet. Und wenn was Judith passiert, dann passiert es nicht. Sind sie die Schwester? Der hatte letzte Nacht einen Zusammenbruch. Von René hab ich dir schon mal erzählt. Von dem geht's grad nicht so gut. Ja, was heißt hier ist nicht so gut? Ich hab ne Frau von der Brücke runtergeschmissen. Was hast du? Du hast mal gesagt, dass sie kein Herz haben. Ist das so? Ich hab mal gedacht, vielleicht könntest du mich von der Brücke schubsen. Dann werden wir quitt. Aber das ist doch keine kleine Geschichte. Nee. Dann sag mir doch, was ist das denn für eine Geschichte? Ich weiß nicht. Und trotzdem. Alles klar ist. Und ich hab ihn nicht da 할ts. Ich hab ihn nicht erwähnt. Weil ich hab ihn nicht vielmehr mit mir. Ich hab ihn nicht. Seus auch. Und dann bist du auch ein paar Schritte. Vielen Dank.